Musik Tagtäglich werden in Rohrleitungen die unterschiedlichsten Stoffe transportiert und verteilt. Beispiele dafür sind Trinkwasser, Fruchtsäfte, Öl und Gas, so wie Chemikalien, Säuren oder Laugen. Da diese Medien zum Teil völlig unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, existieren zu deren Erfassung auch unterschiedliche Messprinzipien, beispielsweise die Durchflussmessung nach dem Coriolis-Prinzip. Der französische Physiker Gaspar Gustave de Coriolis schuf vor über 200 Jahren die physikalischen Grundlagen dazu. Einzigartig ist, dass mit dem Coriolis-Prinzip der Massefluss direkt gemessen werden kann. Lassen Sie uns die Funktionsweise dieses Messverfahrens etwas näher betrachten. Im Innern von Coriolis-Durchflussmessgeräten befindet sich ein Rohr, das durch einen Erreger ständig in Schwingung versetzt wird. Hier stark übertrieben dargestellt. Erfolgt kein Durchfluss, so schwingt das Messrohr gleichmäßig hin und her. Am Ein- und Auslauf befinden sich Bewegungssensoren, welche diese Grundschwingung exakt registrieren. Sobald das Medium im Messrohr jedoch zu fließen beginnt, wird der Schwingung durch die Trägheit der Flüssigkeit eine zusätzliche Schaukelbewegung aufgezwungen. Die ein- und auslaufseitigen Rohrabschnitte schwingen nun, aufgrund des Coriolis-Effektes, zur selben Zeit in unterschiedliche Richtungen. Die hochempfindlichen Sensoren registrieren diese zeitliche und räumliche Veränderung der Rohrschwingung. Diese sogenannte Phasenverschiebung ist ein direktes Maß dafür, wie viel Flüssigkeit oder Gas das Rohr momentan durchfließt. Je größer die Durchflussgeschwindigkeit und damit auch die Durchflussmenge, desto größer ist auch die Auslenkung des schwingenden Messrohres. Das Coriolis-Messprinzip kann aber noch weit mehr, denn mit ihm lässt sich gleichzeitig die Dichte des durchfließenden Mediums bestimmen. Dazu erfassen die Sensoren zusätzlich die Schwingungsfrequenz, also wie oft sich das Messrohr in einer Sekunde hin und her bewegt. Die Animation verdeutlicht, dass ein mit Wasser gefülltes Rohr öfter hin und her schwingt, als beispielsweise ein Rohr, das mit Honig gefüllt ist, der eine wesentlich höhere Dichte aufweist. Die Schwingungsfrequenz ist somit ein direktes Maß für die Mediumsdichte. Sowohl die Dichte als auch die Durchflussmenge werden gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, über die Rohrschwingung erfasst. Endres und Hauser hat die Coriolis-Durchflussmesstechnik durch zahlreiche Neuentwicklungen immer wieder revolutioniert und perfektioniert. Diese Messtechnik ist einmalig, denn nur mit ihr können in Rohrleitungen mehrere Prozessgrößen gleichzeitig erfasst werden. Masse- und Volumendurchfluss, Dichte, Temperatur und sogar die Viskosität. Wir haben für alle Anwendungen die geeignete Lösung. Endres und Hauser – Ihr Komplettanbieter für Mess- und Regeltechnik. Endres und Hauser – Ihr Komplettanbieter für Mess- und Verkaufstelle